Moin und herzlich willkommen und heutiges Thema ChatGPT für Lehrer. Wie kann ChatGPT dir helfen, deinen Unterricht besser zu gestalten oder einfacher, mit weniger Vorbereitung auf deiner Seite? Lasst uns starten. Heute geht es in den Beispielen, die ich dir zeige, um das Thema Englisch, aber natürlich kannst du es für allerlei Unterrichtsfächer einsetzen und auch nach der gleichen Methode. Also lasst uns das einfach mal anschauen. Ich fange einmal an. Ich habe diesmal die Befehle einmal auf Englisch. Also es geht darum, angenommen, wir sind im Englischunterricht und wir möchten gerne ein Buch lesen, eine Novelle, nämlich mit dem Titel Change. Ich weiß nicht, ob ihr das ganz kennt. Es ist ein super Buch. Und dazu halt verschiedene Sachen ausarbeiten. Hier habe ich jetzt eben einmal gesagt, Create Five Stations on the 8th Grade English Class, also für eine 8. Klasse, Common Core Align, Related to Chapter 7, also Kapitel 7, der Novelle Chains. Und dann die Stations sind sehr interessant. Du wirst gleich einmal sehen, warum ich das mit den Stations mache. Weil er kreiert jetzt für uns fünf verschiedene Stationen, wie wir das Ganze, sage ich mal, bearbeiten können mit dem Ganzen. Zum Beispiel, wir haben hier eine der Eins-Sentence-Virality-Station und da siehst du dort einmal, was dort geschieht in den einzelnen Stationen, dass er dir dort eine Aufstellung gibt und du kannst ihn jetzt einmal auch gleich zu den einzelnen Stationen befragen oder noch Aufgaben stellen, um das Ganze dann noch detaillierter zu machen. Wie gesagt, du kannst das natürlich auch direkt dann auf Deutsch machen, bloß ich habe es jetzt einmal in Deutsch und auf Englisch getestet. Und auf Englisch waren hier dann doch die Ergebnisse etwas besser und da es sich ja auch um den Englischunterricht in diesem Sinne handelt, machen wir das Ganze dann auch auf Englisch. Und hier siehst du einmal verschiedene Stationen. Schauen wir einmal, was wir dann machen. Wir sagen jetzt zum Beispiel, dass er sich eine Passage aussuchen soll vom Kapitel 7, bezogen also und uns etwas geben soll. Create Prompts for Station 3. Schauen wir mal, was das dort beispielsweise war. Das ist die Inference Station. Also die Studenten will identify parts of the text where the author implies something without starting it directly. They will write the inference and explain what text evidence supports their conclusions. Dann schauen wir einmal und sagen jetzt, okay, ich gebe das einmal ein. Hier, jetzt soll er sich eine Passage aussuchen für die Station 3 dort, also für den Abschnitt und das Ganze von Kapitel 7 aus dem Buch. Jetzt schauen wir einmal. Wir müssten einmal gucken. Jetzt müssen wir natürlich schauen, das Ganze ist jetzt gerade nicht verbunden. Man könnte ihn dort natürlich noch füttern, aber er gibt uns jetzt hier schon mal einmal Passagen aus. Ich sage, Entschuldigung, ich kann das so nicht ausgeben, allerdings, wie gesagt, beim letzten Mal, ich wundere mich etwas, hat es noch geklappt. Da hat er mir halt direkt aus Kapitel 7 Dinge ausgegeben, aber du siehst einmal, wie der Aufbau des Ganzen ist. Also dann siehst du hier einmal drei verschiedene Inference Station Prompts und dann kannst du hier direkt die Fragen darzustellen. Jetzt können wir sagen, pass auf, dann such doch einmal eine Passage für die Station 1 aus, wie die das Ganze und du sparst eine Menge Arbeit damit. Also schauen wir einmal, was er dort uns aufgestellt hat, das ist die Sentence Variety Station und dann schauen wir einmal, was er uns dafür ausgibt, also für eine Passage dort. Er sagt jetzt nochmal, okay, er kann jetzt nicht den Book Content, also sage ich mal, hat dort keinen Zugang zu, allerdings gibt es hier dort auch eine Möglichkeit. Also man kann ihm durchaus dann auch Zugang dazu geben. Teilweise gibt es dann das Ganze bei Google Books über Plugins oder wenn das Ganze mit dem Web verbunden ist. Ich könnte dann einmal schauen, wenn ich das Ganze mit Browse with Bing mache, eventuell, ob er mir dann dazu etwas gibt, aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall kann man es nutzen, auch von dem Aufbau her. Hier siehst du dann einmal die hypothetischen Passagen, die er jetzt rausgesucht hat und auch hierzu dann einmal drei verschiedene Sachen, also dort zu dem Einzelnen. Und hier siehst du auch, the goal of this station is to help students understand and practice varying sentence structure and their writing to maintain reader interest and enhance the flow of their ideas. Und das Ganze kannst du jetzt nochmal machen, indem du jetzt beispielsweise sagst, weil du wirst ja sicherlich auch unterschiedliche Schüler bei dir in der Klasse haben, die einen verschiedenen Lernstand beispielsweise haben oder eventuell auch Probleme, Texte und Sachen vielleicht zu erfassen, die zu verstehen relativ schnell, im Gegensatz dann vielleicht zu anderen, denen das dann leichter von der Hand geht. Und auch dafür könntest du dort etwas reagieren. Du könntest zum Beispiel machen, kreiere jetzt beispielsweise anderes Material für die Station 4. Wir gucken einmal, was 4 war. Sentence Building Station. Und dann könntest du beispielsweise sagen, also Lexile Level habe ich jetzt einfach mal aus dem Englischen übernommen. Dort gibt es sicherlich auch sonst etwas. Und das heißt einfach für Leute, die halt dann, sage ich mal, nicht so die Fähigkeiten haben, die halt mehr Unterstützung dort benötigen, also die etwas langsamer dort sind. Und auch die möchtest du ja mitnehmen. So, for students with a Lexile Level of 300, we can simplify the task. Dann sagt er auch, wir können das Ganze einfacher machen, von der Sprache und so her. Für sie das einfache ist, auch das Ganze zu erfassen. Ich würde es aber gerne halt auch von dem Buch machen. Ich weiß jetzt nicht. Und das ist dann halt immer das Lustige, dass man natürlich aufpassen muss, wir schauen nochmal oben den Prompt, vielleicht, weil ich mich nicht darauf bezogen habe. So, jetzt habe ich ihm nochmal gesagt, also wirklich, dass es sich um die Novelle Chains handelt. Und er sagt jetzt nochmal, okay, er kann das jetzt dort, wie gesagt, er hat keinen direkten Exzess dazu, aber er kann man natürlich hypothetische Sachen dort geben. Und dort siehst du, dass er das Ganze dann auch vereinfacht hat. Und hier könntest du zum Beispiel sagen, okay, hier sagt er auch nochmal, to practice and understand the concept of joining sentences. Und dann, also wie du auch den Schülern dann quasi helfen kannst, die ein bisschen an die Hand nehmen kannst und mit ihnen gemeinsam das dann machen kannst. Also wie gesagt, auch von dem Aufbau her, dies hier ist alles nur komplett beispielhaft. Beispielhaft, du weißt selber, wie du deinen Unterricht teilweise aufgebaut hast. Dies musst du nur in Prompts übersetzen. Du kannst ChatGPT natürlich dann auch Fragen noch stellen oder detaillierter darauf eingehen und so das Ganze dann noch einmal vereinfachen. Hier könnten wir zum Beispiel sagen, und hier sagt er auch nochmal, okay, naja, also er schlägt uns jetzt hier beispielsweise vor, was wir dort auswählen sollten, worauf wir achten sollten, was dann beispielsweise wichtig ist. Was du zum Beispiel auch nochmal machen kannst, ist oben, wir könnten uns oben nochmal einmal, könnt ihr zum Beispiel sagen, give me a random passage from another chains, und dann müsste uns jetzt eigentlich, und hier sagt er jetzt, naja, also das ist dann manchmal so, dass er auf einmal in eine ganz andere Richtung geht quasi, wo ich dann sage, hey, Moment und so, naja, also du kannst mir das doch dort geben, und er sagt dann, okay, pass auf, hier haben wir dann beispielsweise ein Problem, und dann werde ich einfach jetzt nochmal das Ganze, weil ich habe das früher schon einmal mit JGPT 3.5 gemacht, und da werde ich es jetzt einfach nochmal ausprobieren, ob es dort Änderungen gibt, also ob es damit dann beispielsweise einfacher geht, oder ob es da irgendwie auch dann Probleme gibt, und ich gebe das hier eben einmal ein, so, dann werden wir einfach mal einen Live-Versuch starten, dass wir jetzt 3.5 nehmen, also der auch Default ist dann dort drin, und sagen, pass auf, jetzt wird dir auch gleich auffallen, dass du, dass die Antwort wesentlich schneller geht, das Ganze, und da siehst du schon mal, wie er das Ganze aufbaut, dann probieren wir einmal, dass wir jetzt uns eine Passage aussuchen, ob er dann immer noch meckert, wie gesagt, es kann auch sein, dass sie es mit der Zeit jetzt wieder leider geändert haben, aber das letzte Mal, wo ich es ausprobiert hatte, war es dort kein Problem, mir Passagen auch direkt aus dem Kapitel zu nennen, ohne den Hinweis, dass er jetzt sagt, Moment mal, aus der Passage oder so, kann ich dir jetzt nichts geben oder so, weil ich habe da jetzt gar keinen Zugriff zu, oder auch eventuell wegen Copyright-Rechten oder so, schauen wir einfach mal, ob dort jetzt etwas kommt, hier siehst du aber auch, dass er wesentlich länger benötigt, als vorher, dass da jetzt auch nicht wirklich etwas passiert, da müssten wir einfach mal gucken, aber wie ich meinte, wie du es aufbauen kannst, ist, dass du erst wirklich anhand von, Stationen des ganzen Bildes dann, und anhand dann dieser Station, sage ich mal, bestimmte Kapitel, Passagen raussuchen lässt, oder die selber dort auch reinpackst, das geht natürlich auch, du kannst dann natürlich auch, sofern die digital vorliegen, oder du die halt in dieser Form irgendwie hast, die dann einfach kopieren, reinpacken, und dann sagen, hey, pass auf, wie sieht das Ganze aus, kannst du mir hierzu dann Fragen bilden, das ist auch die wesentlich einfachere Form, als wenn er jetzt irgendwas suchen müsste, weil du siehst ja schon, hier im Moment, passiert ja nicht wirklich viel, okay, also, wir probieren einfach nochmal einen anderen, ich sage ihm jetzt einfach mal, so, ich sage gar keine Prompts, von Chapter 7, von the Novell Chains, probieren wir es mal so rum, und hier siehst du dann auf jeden Fall, also dann probiere es nochmal mit 3.5, gut, dass wir es probiert haben, wie gesagt, mit 4 hatte ich es vorher noch nicht getestet, mit 3.5, was auch die kostenlose Variante ist, die auch nicht eingeschränkt ist, also du brauchst dafür keinen Pro-Account, wofür du monatlich bezahlen musst, du hast auch keinen Cap, von beispielsweise, ich glaube, manchmal sind es 25 Antworten, innerhalb von 3 Stunden, für ChatGPT 4, das hast du dort nicht, also zumindest abends hast du manchmal so ein Cap, Mittagszeit oder morgens, jetzt deutscher Zeit hast du das nicht unbedingt, weil dort wahrscheinlich die Verwendung gerade nicht allzu hoch ist, also dass weniger Leute darauf zugreifen, als wenn beispielsweise in den Abendstunden. Und hier siehst du dann, dass du gleich wirklich eine hast, dass es kein Hinweis ist, hey, Moment mal, darauf kann ich nicht zugreifen und sowas, und das ist super, dass das jetzt noch einmal für das Beispiel geklappt hat. Dann hast du hier dann auch schon gleich deine Fragen, wo du dann sagen kannst, hey, pass auf, diese kannst du natürlich auch noch umschreiben, ein bisschen für dich anpassen, du kannst auch mit ihm beispielsweise debattieren und sagen, hey, wieso hast du die gewählt und warum sollte die Frage nicht eher so lauten oder kannst du nicht mehr in diese Richtung gehen? Also du kannst dort definitiv auch und solltest du auch dann dort, sag ich mal, noch editieren und eingreifen. Auf jeden Fall viel Erfolg. Ich hoffe, dass du eine Menge Zeit für den Unterricht sparst und das somit deinen Schülern und auch dir dann zugute kommt. Wir hören uns beim nächsten Mal. 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 Wir hören uns beim nächsten Mal.